Scam, das ist das Erste, was Leute über uns denken, wenn sie von uns hören. Wir haben in den letzten acht Jahren zwei Faktoren festgestellt, woran das liegt und auf diese zwei Faktoren möchte ich jetzt eingehen, also quasi warum es so scammy klingt. Also wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Markus Wolf, ich bin Mitgründer von Robert Hood und ich wette seit acht Jahren professionell auf Sport-Events. Wir haben ein System entwickelt, mit dem wir Sportwetten kalkulierbarer machen und somit online, ortsunabhängig, unlimitiert Geld verdienen können und das juristisch geprüft und legal. Zusammen mit meinem Team aus studierten Mathematikern wetten wir jeden einzelnen Tag und setzen mittlerweile über 30 Millionen Euro an Wetteinsatz pro Jahr um. Wir haben tausenden Menschen dabei bereits geholfen, mit online mit Sportwetten Geld zu verdienen. Unsere Top-Wettexperten machen weit über 10.000 Euro im Monat damit und ich mache hier diese Videos, damit du das auch schaffen kannst. Was sind diese zwei Faktoren? Faktor Nummer eins, unser Einstiegsangebot kostenlos 200 Euro. Das kann erstmal nicht greifbar sein. Es ist nicht möglich, dass dir jemand quasi 200 Euro schenkt und das ist auch nicht der Fall, aber so klingt das zu Beginn. Hä, das kann doch nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht 200 Euro bekommen. Wer soll mir das geben? Woher? Natürlich gibt es online Möglichkeiten, mit ein paar Fleißarbeiten ein bisschen Geld zu verdienen, sich irgendwo zu registrieren und dann Geld zu verdienen und so weiter, aber in der Höhe findest du super selten etwas. Und dann musst du nicht mal irgendwas investieren. Du musst kein Geld bezahlen, es fallen keine Gebühren an, es gibt kein Abo, nichts, null. Es gibt kostenlos 200 Euro. Und das klingt erstmal nicht greifbar. Und jetzt kommt der zweite Faktor. Warum klingt das nicht greifbar? Weil für viele es einfach nicht verständlich genug gemacht wird, teilweise auch von uns, also auch ein Fehler von uns, wie dieses Geld entsteht, wie dieser Gewinn entsteht. Wenn du verstanden hast, wie überhaupt dieser Gewinn entstehen kann, dann ist es sonnenklar, dass es funktioniert. Und darauf gehe ich jetzt näher ein. Im Wesentlichen kannst du mit Sportwetten nur auf drei Wegen Geld verdienen, also langfristig gesehen. Nummer eins ist Value Betting, Nummer zwei ist das Sure Betting und Nummer drei ist das Match Betting. Ich fange mit dem Value Betting an, weil wir das nicht so wirklich bei uns nutzen. Also wir koppeln das an, aber nur um den Gewinn in einer Kampagne zu erhöhen. Ich will nicht weiter ins Detail gehen, aber Value Betting bedeutet, der Wettanbieter, also im Wetten gibt es immer eine Quote, auf die du setzt, irgendein Ergebnis. Und das hat eine Quote und je niedriger die Quote ist, desto höher ist quasi die Wahrscheinlichkeit, oder so wird das vom Wettanbieter angegeben, dass quasi das eintrifft, also dass das passiert. Im Value Betting ist es so, dass du versuchst, anhand von deinen Schätzungen und Einschätzungen, quasi zu sagen, okay, der Wettanbieter liegt falsch. Ja, die Quote sollte zum Beispiel noch niedriger sein, also die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass es eintrifft, ergibt eine sehr gute Quote deiner Meinung nach raus. Und deswegen setze ich jetzt darauf und kann dadurch natürlich mehr Geld machen. Ich gebe dir ein Beispiel. Normalerweise Bayern spielt gegen Dortmund, Sieg Bayern, Favorit. Aber jetzt wird irgendwie angezeigt, dass Bayern eine Zweierquote hat. Das ist kein eindeutiger Favorit, weil Dortmund wahrscheinlich in etwa so ähnlich dann liegt. Also es ist relativ ausgeglichen und Unentschieden ist dann ein bisschen höher. Ja, vielleicht so eine Dreierquote, so Pi mal Daumen. Und jetzt sagst du, okay, aber meiner Einschätzung nach, so wie Bayern die letzten Spiele gespielt hat, müsste die Quote eigentlich 1,7 oder 1,6 oder 1,5 oder sogar 1,3 sein. Das kann nicht sein, deswegen setze ich da jetzt drauf. Und wenn ich das jetzt auf tausenden Wetten so mache, versuche ich über diese tausenden von Wetten quasi dann am Ende im Plus zu landen. Ja, weil natürlich wird nicht alles eintreffen, weil es sind immer noch Einschätzungen. Das ist möglich. Es gibt auch sehr gute Leute. Unter anderem haben wir eine inoffizielle Kooperation mit Sergej von Belogosports. Grüße hier an Sergej. Die haben schon eine sehr gute Trefferquote. Ich glaube, er liegt bei 65 bis 70 Prozent aufs Jahr gesehen. Das ist schon super gut. Es ist aber schwierig reproduzierbar. Ja, für einen Einzelnen und auch für einen Laien. Musst du dann wirklich tagtäglich einige Stunden vom Rechner sitzen und das Ganze nachvollziehen und checken und prüfen. Und dann ändern sich Quoten live und dann wieder reingehen, dann wieder rausgehen etc. Nummer zwei ist Showbetting. Showbetting bedeutet, die Quoten zueinander ergeben nicht 100 Prozent, sondern über 100 Prozent. Also das heißt, ich nehme jetzt wieder Bayern Dortmund. Drei Ausgänge nach 90 Minuten. Siegt Team A, Siegt Bayern, Siegt Team B, Dortmund oder unentschieden. Ja, die drei. So, diese Quoten zueinander ergeben niemals 100 Prozent, sondern zum Beispiel 95. Je mehr Geld auf diesem Spiel liegt, desto höher ist diese Rückzahlungsquote, dieser Prozentsatz. Also zum Beispiel bei Champions-League-Spielen, WM-Spielen, EM-Spielen kann er deutlich höher sein. 96, 97, sogar 98. Ja, weil dann der Wettanbieter einfach über die Menge, über die Masse sich quasi seinen Profit reinholt, der oder seinen Umsatz reinholt. Das heißt also, ich mache es ganz einfach. Wenn du jetzt 100 Euro setzen würdest, auf Bayern 100, auf Dortmund 100, auf Unentschieden, dann bekämpfst du keine 300 Euro raus. Das wären 100 Prozent, sondern irgendwie 280 als Beispiel. Ja, oder 72, 72. Das heißt, du würdest ja immer verlieren. So, beim Showbetting ist es so, dass du Quoten findest und meistens sind das dann Quotenfehler oder es sind Dinge passiert live, die statistisch gesehen eher weniger eintreffen, wo dann diese Quoten zueinander 110 Prozent zum Beispiel geben. Das heißt, ich setze jetzt 10.000 dann, wenn ich zwei Ausgänge noch habe, also zum Beispiel ein Tennisspiel, da habe ich zwei Kontrahenten, ja. Der eine, also beide können nur gewinnen, es gibt keine Unentschieden. Okay, jetzt passiert irgendwas und ich habe jetzt eine Zweiwegwette und nicht eine Dreiwegwette. Also es gibt nur zwei Events, auf die ich setzen kann, also eine Wette und eine Gegenwette und nicht eine Wette und zwei Gegenwetten, wie beim Fußballspiel mit drei Ausgängen. Dann kann es jetzt sein, dass beispielsweise irgendwas passiert, was statistisch gesehen eher nicht so eintrifft und dann geben diese Quoten plötzlich 110 Prozent. Ich setze 10.000 jetzt auf das eine, 10.000 auf das andere, habe dann 22.000 zum Beispiel gemacht, also 2.000 plus. Ich mache ein anderes Beispiel, Lewandowski, Barcelona spielt ganz normal, fünfte Minute, kriegt da eine rote Karte. Statistisch gesehen trifft das eigentlich nicht zu, das passiert eigentlich nicht und jetzt wissen die Wettanbieter häufig nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann entstehen solche, sagen wir mal, Quotenfehler. Und wenn du hier schnell bist, kannst du dieses Sure-Betting, dieses Sure-Bet machen, bei verschiedenen Anbietern oder sogar beim gleichen Anbieter, was heutzutage eher weniger der Fall ist. Aber bei verschiedenen Anbietern musst du schnell sein, live dabei sein etc. Das sind so die Nachteile und kannst dann in Sekunden quasi gutes Geld verdienen. Auch hier schwierig reproduzierbar und der Punkt ist halt leider auch, wenn du das machst, wirst du, und das hat Erfolg, relativ schnell gesperrt vom Wettanbieter oder limitiert. Das heißt, du kannst gar nicht mehr weitermachen mit deinem Account. Und ja, weil ein Wettanbieter, so ist es halt, eher nicht, wie du gewinnst. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Matchbetting. Und darauf beruht unser System, womit wir Geld machen. Beim Matchbetting ziehst du die Wettanbieter-Boni. Das heißt, ein Wettanbieter gibt in der Regel einen Bonus, wenn sich jemand neu registriert. Bist neuer Kunde, bei Wettanbieter XY, zahle 100 Euro ein, kriegst 100 Euro geschenkt. Kannst also mit 200 Euro spielen. So, klingt erstmal gut. Aber es ist halt kein echtes Geld, was dir da geschenkt wird, weil sonst könntest du es ja einfach auszahlen, richtig? Aber wenn man das so machen könnte, wäre jeder Wettanbieter pleite. Beim Matchbetting ist es also so, du holst dir die Boni der Wettanbieter und spielst jetzt die Wettanbieter einfach gegeneinander. Bedeutet also, ich gehe nochmal zurück auf dieses Showbetting. Wenn du eine normale Wette hast, also eine ganz normale Wette, würdest du immer verlieren, weil du ja immer unter 100 Prozent Rückzahlungsquote hast. Die Kunden zueinander geben zum Beispiel 95 Prozent, wie ich es davor erklärt habe. Jetzt würdest du immer verlieren. Aber dadurch, dass du dein Kapital von Beginn an verdoppelst, hast du natürlich genug Puffer. Und jetzt musst du nur noch eins machen. Du musst einfach nur schnell genug durch sein. Und zwar schnell genug durch sein im Sinne der Kondition, die die Wettanbieter dir vorgeben. Also die Bedingungen. Zum Beispiel könnte ein Wettanbieter sagen, okay, du kriegst 100 Euro jetzt von uns als Staat obendrauf, wenn du 100 Euro eingezahlt hast. Jetzt musst du aber diesen Bonus, den wir dir geschenkt haben, sechsmal umsetzen. 600 Euro einsetzen. Wenn du dann noch Geld übrig hast, also wenn du das gemacht hast, dann kannst du auszahlen. Denn dann hast du quasi dieses Bonusgeld, das wir dir geschenkt haben, umgewandelt in echtes Geld. Die meisten werden jedoch verlieren, richtig? Wenn du jetzt aber ganz viele Wettanbieter nimmst und das kumulierst und dann clever gegeneinander spielst, kannst du am Ende schneller durch sein mit den Konditionen, also immer und immer noch Geld übrig haben. Und so entsteht Profit. Und genau das machen wir. Dadurch, dass aber der Neukundenbonus, der Name schon sagt, Neukunde kann man halt nur einmal sein, den kann man halt nur einmal bekommen, suchen wir immer wieder neue Mitspieler. Und deswegen suchen wir dich. Und wir haben das in Deutschland etabliert in Form einer Tippgemeinschaft mit Matchbetting, also diese Kombination. So entsteht der Gewinn. Du partizipierst eben an dem Gewinn mit mindestens 200 Euro. Und das war's. Du hast an sich kein Hexenwerk. Um ehrlich zu sein, du könntest es auch selbst für dich machen. Du bräuchst jetzt nur Kapital. Vierstellig. Wenn du das nicht hast, kommst du einfach zu uns und du kannst mit uns Geld verdienen. Und das Geniale daran ist, du kannst im Nachgang auch noch weiterhin Geld verdienen. Denn Matchbetting in der Regel ist normalerweise nur einmal möglich. Danach gibt es halt sogenannte Reload-Boni, die kommen halt so im Nachgang, aber die sind halt nicht mehr erwähnenswert. Also damit kannst du nicht viel reißen und nicht viel Geld noch machen, ja. Und das war's eigentlich schon. So entsteht der Gewinn. Wir suchen immer wieder neue Mitspieler, damit wir das durchziehen können. Wir haben einen klaren Ablauf. Wir sind seit acht Jahren am Markt. Wir haben über tausend positive und verifizierte Bewertungen. Wir sind juristisch geprüft. Ein Anwaltskanzler hinten dran, etc. Wir haben mehrere Gerichtsfälle gehabt schon in dem Bereich. Wir wissen ganz genau, was wir dürfen und was nicht. Und du bist hier bei einer Plattform, die schon alles gesehen hat in dem Bereich und sauber arbeitet und dich sauber durchführt, damit du dieses Geld erhältst. Und im Nachgang kannst du zum Beispiel als Vermittler weitermachen und Monat für Monat Geld verdienen, indem du uns neuen Mitspieler bringst. Das war's. Mehr ist es nicht. Also geh auf unsere Website roberthood.net, informier dich und wir sehen uns bis dahin beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.